This is my island in the sun, where my people have toiled since time began. Das heisst? Ja, wird das was mit der Pizza? Ja, dann. So, sofort gehst du und gehst. Selber gemacht. Meinst du ja? So, sofort geschafft sie. Die Vorbereitungen für die hausgemachten Pizza laufen auf Hochtouren. Es muss ja dann gut schmecken. Frau Kurt sagt lieber erstmal gar nichts. Die Pizza, die ich gekriegt habe, die war prima. Jetzt müssen wir schauen, wie das hier weiter geht. Ist noch nicht ganz klar, wie ich das so sehe. Die Pizza lockt sogar Pascal von seinem PC weg. Die muss gut gewesen sein. Musik Und Udo hat bei der Schärfe nachgeholfen, uiuiuiui. Reto ist mit dem Heizen gar nicht nachgekommen. Die Pizza ging weg, sprichwörtlich wie die warmen Semmel. Und so sahen sie aus. Professionell. Ein schöner Abend geht zu Ende. Es war wunderbar. Die Pizza war klasse. Machen wir wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017